Entwicklung und Fachbereich verstehen sich viel zu oft falsch. Anforderungen werden falsch umgesetzt und ganze Projekte scheitern, nur wegen der fehlenden gemeinsamen Sprache. Domain-Driven Design schafft eine Lösung, indem es Entwicklung und Fachbereich die gleiche Sprache sprechen lässt. Ich zeige dir die sechs Kernelemente, die deine Anforderungen erfolgreich werden lassen. Am Ende zeige ich dir auch noch genau, wo du Domain-Driven Design in Scrum anwenden musst. Hey, Sebastian hier. Heute tauchen wir in das Domain-Driven Design, kurz DDD, ein. Doch, first things first. Die typischen Fragen, die sich Anwender in dem Kontext stellen und die wir behandeln werden, sind die folgenden. Erstens, was genau ist dieses Domain-Driven Design? Woraus besteht das Domain-Driven Design? Und wie und wo kann ich das überhaupt in Scrum nutzen? Achte bitte unbedingt auf die Reihenfolge und Vollständigkeit in diesem Video, damit du alles auch tatsächlich verstehst. Ich werde es kurz halten. Du bekommst jetzt eine kurze Einführung, eine kurze Beschreibung der Begriffe und dann natürlich auch noch deinen Tipp. Die Methode Domain-Driven Design hilft uns, die Kommunikation zwischen Entwicklern und Fachleuten aus dem Business zu verbessern. Entwickler sind die Experten darin, Software zu erstellen, um fachliche Probleme zu lösen. Doch was sie umsetzen, basiert auf ihrem Verständnis dessen, was der Fachbereich ausdrückt. Manchmal ist es nicht genau das, was sich Fachexperten wünschen, sondern die Interpretation der Entwickler. Du kennst es vielleicht aus deinem Umfeld. Im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in der Forschung verwendet man ganz unterschiedliche Begriffe, die in dem Kontext gelten. Ein typisches Beispiel für Missverständnisse ist zum Beispiel das Wort Bank. In der Finanzwelt versteht man darunter ein Kreditinstitut, während man im Park an eine Sitzgelegenheit denkt. Ebenso kennst du den Begriff Schloss, der entweder ein Gebäude oder eine Vorrichtung zum Absperren beschreibt. Die Zelle wiederum kennst du im Gefängnis oder auch in der Tabellenkalkulation. Ja, das waren jetzt sehr allgemeine Beispiele. Du siehst aber, ohne den richtigen Kontext kannst du mit Kunden und Fachexperten schnell aneinander vorbeireden. Solche Missverständnisse können zu grundlegenden Fehlern in der Software oder auch allgemeinen Produkten führen, die oft erst spät entdeckt werden. Das verlängert Projekte und erhöht die Kosten. Je schneller Missverständnisse ausgeräumt werden, desto besser und effizienter kann Software entwickelt werden. Wenn du meine Videos zu User-Stories und smarten Anforderungen generell schon kennst, dann hast du schon wertvolle Praktiken kennengelernt. Ich verlinke sie dir hier nochmal in der Beschreibung. Bei genau diesen Missverständnissen setzt Domain-Driven Design an. Der Begriff wurde 2004 schon von Eric Evans geprägt. In seinem Buch Domain-Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software beschreibt er, wie man die Komplexität in der Software beherrschbar machen kann. Der Schlüssel liegt in einem tiefen Verständnis der Fachlichkeit. Evans entwickelte Begriffe und Werkzeuge, um über fachliche Themen, die sogenannten Domänen, zu sprechen und sie in Modelle zu verwandeln. Diese Modelle lassen sich dann in Software umsetzen. Das Ziel von Domain-Driven Design ist es, in interdisziplinären Teams eine gemeinsame, klare Sprache zu schaffen. So können nämlich Missverständnisse vermieden und fehlerhafte Software verhindert werden. Für dieses Video machen wir es jetzt aber mal einfach und schauen uns mal im Überblick an, was für Elemente du da typischerweise im Domain-Driven Design finden kannst. Da hätten wir zum Beispiel ein Domänenmodell. Das ist eine einfache Darstellung der realen Welt, um besser zu verstehen, welche Probleme die Software löst. Eine allgemeine Sprache. Eine einheitliche Sprache, die alle im Team verwenden, um eben Missverständnisse zu vermeiden. Bounded Contexts. Klare Abgrenzung innerhalb von einem System, wo halt bestimmte Begriffe und Regeln auch gelten. Entities. Das sind einfach Objekte mit einer eindeutigen Identität, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Die sogenannten Value Objects. Das sind Objekte ohne eigene Identität, die sich nur durch ihre Werte definieren und unveränderlich sind. Die Aggregates. Das sind Gruppen von Objekten, bei denen sichergestellt wird, dass sie als Einheit konsistent bleiben. Und zum Beispiel auch die Repositories, was als Schnittstellen betrachtet wird, die den einfachen Zugriff auf Daten ermöglichen, ohne jetzt technische Details preiszugeben. Es ist schon etwas mehr als eine reine Methode. Es ist fast wie so eine Art, an das zu denken. Jetzt bleibt für dich aber noch zu klären, wann du genau das einsetzt. In Scrum wirst du die Verwendung im sogenannten Refinement finden. Jetzt ist das, kennst du ja wahrscheinlich, eine Aktivität, um das, was in deinem Backlog drinsteht, richtig zu verstehen. Und da hilft dir auch genau diese Methode natürlich perfekt. So kann zum Beispiel der Scrum Master oder Product Owner zu einem Termin einladen. Teilnehmen werden dann natürlich zum einen die Entwickler, zum anderen aber auch Stakeholder, hier Fachexperten. Und dann kannst du mit dem Domain-Driven Design und weiteren konkreten Techniken hier aktiv werden. Willst du darüber jetzt noch ein bisschen mehr verstehen, also noch in die Tiefe gehen, andere Praktiken kennenlernen, dann sind diese eingeblendeten Videos hier natürlich auch immer Pflicht. Klick einfach mal drauf und schau in der Beschreibung. So findest du alles dann das, was du noch zusätzlich brauchst. Und dann viel Spaß mit dem Domain-Driven Design in der Praxis. Musik 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 Musik